Hey Leute, ich bin's wieder, Sebastian vom Autohaus Booma ist ein Paarchen. Ihr denkt, wir haben nur plus kleine Autos? Da täuscht ihr euch. Ich bringe euch heute einen Ford Ranger Wildtrak mit, in einer Tropical Orange Farbe. Das Fahrzeug besitzt die B-Zirung Scheinwerfer, hat die, wie gesagt, Wildtrak Ausstattung, wo sie, oder ihr, du, auf dem Feld fahren könnt, auf dem Acker, oder natürlich auch schön pompös auf der Straße. Die Farbe macht natürlich sehr viel her. Ihr seid natürlich Blickfang Nummer 1 auf der Straße. Der Ranger hat jetzt 18 Zoll Aluminiumfelgen auf Allwetterreifen. Er ist jetzt ein typischer Jahreswagen vom Jahr 2019, hat knapp 700 Kilometer gelaufen, also eher eine Tageszulassung, muss ich sagen, mit 147 kW, also 200 PS. Das ist noch einer der Fahrzeugen, wie ihr seht, mit einem 3,2 Liter Motor drin. Ihr habt natürlich die Einstiegsleisten, ihr habt oben natürlich auch die Dachrelinge, falls ihr mal doch noch einen Dachgepäckträger mitnehmen wollt, oder Fahrräder mit in den Urlaub nehmen möchtet. Das Fahrzeug ist für alles offen. Das Gute bei unserem Modell, das wir jetzt hier stehen haben, ist natürlich, ihr habt die Parksensoren vorne und hinten, gerade bei so einem großen Auto, ist es wirklich empfehlenswert. Wir haben eine Rückfahrkamera mit bei diesem Fahrzeug, eine Anhängerkupplung, wo ihr nicht nur einen kleinen Hänger ziehen könnt, sondern einen Pferdeanhänger zum Beispiel. Das Gute ist jetzt, bei diesem Modell haben wir jetzt auch schon ein Rollo mit drauf. Das heißt, wenn ihr mal einkaufen fahrt, ein bisschen mehr, ist alles vor Regen geschützt. Ich kann euch das einmal kurz zeigen, wie viel Platz ihr habt. Einfach nur rausziehen, lösen und habt natürlich eine riesen Ladefläche. Also ihr kriegt da wirklich alles mit. Und wenn ihr mal im Urlaub fahren möchtet, reicht das natürlich aus. Und ihr habt natürlich auch trocken alles nachher, wenn ihr die Klappe wieder zumacht. Einmal wieder ranziehen, zumachen, rein und fertig. Ja, was gibt es großartig zu sagen? Es ist ein Pick-up, wie gesagt, eigentlich ein Arbeitstier, aber durch die Wildtrack-Ausstattung, was wir gleich mal drinnen sehen werden, ein wunderschönes Fahrzeug. Kommen wir mal rein. So Leute, angekommen in Wildtrack in Ford Ranger. Wie ihr seht, alles schön mit Leder überzogen. Finde ich mega schön. Carbon-Optik, orange Ziernähte. Das ist natürlich durch die Wildtrack-Ausstattung. Wir haben ein schön großes, griffiges Lenkrad mit sehr schöner Anordnung. Bedienteil für Bohrcomputer, am digitalen Cockpit sogar. Wir haben Bedienteil für das Radio, für die Freisprecheinrichtung und Sprachfunktion und Tempomat. Alles sehr schön angeordnet. Winterpaket mit Sitzheizung und Frontscheinheizung. Wie gesagt, Automatikgetriebe. Allrad zuschaltbar, wenn man möchte. Also, was soll ich sagen? Also, ich bin total begeistert. Ich glaube, mein neuer Vorführwagen ist gesichert. Wollt ihr auch so ein schönes Fahrzeug haben? Dann besucht uns. Euer Autohausbuchmeister. Mein Name ist Sebastian Gütteln. Ich freue mich auf euch. Bye. Bis zum nächsten Mal.